Die Welt von Gott her verstehen Es ist ein schwindelerregendes Wunder, was sich da Stunde um Stunde abspielt und erregt in den meisten Menschen doch kaum ein Achselzucken, da sie dermaßen in den Nebensächlichkeiten ihres Alltags verknüpft sind. Mit etwa 1000 kmh pro Stunde, abhängig vom Breitengrad, kreisen wir um unsere eigene Erdachse. Unsere Erde aber kreist mit über 100.000 kmh pro Stunde um die Sonne und unser ganzes Sonnensystem gleichzeitig mit 800.000 kmh pro Stunde um das Zentrum der Milchstraße. Das alles war nicht immer so und wird wohl auch nicht immer so bleiben. Es ist eine großartige Illustration für die Nichtnotwendigkeit, die Kontingenz, die Instabilität und Relativität des Menschseins, aller Zivilisationen unseres Planeten, eines Weltalls, das sich ausdehnt, wohin. Zumindest der Frage nach dem Woher müssen wir Raum einräumen. Es ist allerdings nicht einfach nur die Frage nach dem Anfang, sondern die Frage nach der Wirklichkeit überhaupt. Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Es ist die Frage nach der grundlegenden Beziehung der Welt zu seinem Urgrund, Urhalt, Urziel. Auf diese Urfragen nach der Wirklichkeit einfach zu behaupten, da gäbe es keine Antwort, ist eine dogmatische Ausflucht, die einem Abdanken der Aufrichtigkeit gleichkommt. Nicht auf dem Boden reiner Theorie, sondern auf dem Weg der gelebten und reflektierten Praxis sind auf die großen Grundfragen der Wirklichkeit Antworten zu suchen, also nicht durch theoretische Operationen der reinen Vernunft, allerdings auch nicht durch irrationale Gefühle oder Stimmungen, vielmehr aufgrund einer vertrauenden, rational verantwortbaren Grundentscheidung und Grundeinstellung. Diese Vertrauenshaltung ist mit dem Schwimmenlernen zu vergleichen, welches nicht durch das Stehen am Ufer, das Lesen eines Lehrbuches oder einem Trockenschwimmerkurs erfolgt. Es braucht in Beihilfe von anderen das Wagnis, sich mit Haut und Haar auf das rätselhafte Wasser einzulassen, das nur den trägt, der sich ihm anvertraut und sich nicht steif verhält, sondern sich bewegt. In einer solchen Vertrauenshaltung kann man trotz aller Zweifel das, zunächst so selbstverständlich hingenommene, aber innerlich öfters ins Zweifel gezogene, wirklich Sein der Wirklichkeit als Schimmer erfahren. Und dieses Annehmen einer Wertehaftigkeit, Sinnhaftigkeit von allem, was ist, der Wirklichkeit Gottes, unseres Urgrunds, wird sich auf sein ganzes Erleben, Verhalten und Handeln auswirken. Will man ein Verifikationskriterium haben, so darf es nicht so eng sein wie das Empirische, das nur sinnlich Erfahrbares als wirklich zulässt. Doch darf es auch nicht so weit sein wie das oberflächlich Religiöse, aufgrund dessen man unkritisch alles einfach nur annimmt. Diese Fragen nach dem Ganzen, nach dem Urgeheimnis der Wirklichkeit, sind nicht Fragen für Weltflüchtige, Hinterwäldler, in Glauben Nietzsche, sondern für jeden wachen Menschen. Sie sind nicht Ausflucht vor dem Handeln, sondern Anreiz zum Handeln. Der Gottesglaube ist keine automatische Antwort, um die großen Fragen des Menschenlebens und der Menschheitsgeschichte zu umgehen. Doch besitzt man seinen archimedischen Punkt, einen festen Standpunkt, von welchen aus man diese Fragen angehen kann. Der Mensch im Heute lebt in einer Orientierungslosigkeit und in einer Entwurzelung von der Urabsicht. Der Transzendenzbezug vermag ihm Maßstäbe, im Handeln und eine letzte Geborgenheit in diesem unübersehbar riesigen Weltall zu vermitteln. Der Mensch wird auch im Raumfahrtzeitalter, wenn er über die erstaunlichen Resultate der Astrophysik nachdenkt und wie seit eh und je in den gestirnten Nachthimmel hinausschaut, sich fragen, was soll das Ganze? Woher das Ganze? Aus dem Nichts? Erklärt denn das Nichts etwas? Die einzige ernsthafte Antwort, welche die reine Vernunft zwar nicht beweisen kann, weil sie ihren Erfahrungshorizont übersteigt, wofür sie aber gute Gründe hat, geben kann, das Ganze stammt nicht aus einem Urknall, sondern einem Ursprung, aus jenem ersten schöpferischen Grund der Gründe, den wir Gott nennen. Er ist Causa Sui, Ursache seiner selbst. Und weil alles einen göttlichen Ursprung hat, hat es auch einen göttlichen Sinn. Aber nichts zwingt den Menschen zu diesem Glaubenssprung, sondern es ist eine Entscheidung ganz aus freiem Willen. Und weil es nicht einfach ein intellektuelles Ja-Sagen ist, sondern ein Ja, das über lange Zeit und viele Teilerkenntnisse gewachsen ist, dann verändert dieser Glaube die Stellung zu allem, seine Einstellung zur Welt.